hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge police stories mit die blaulicht freitag und dem lukas hallo nach dem intro sehen wir hier weiter dieses absolut ekelhaft schwierige spiel spielen es gibt jetzt wohl auch falsche zivilisten vielleicht muss man die mit dem pfefferspray besprühen hilf dir sachdienliche hinweise zu bekommen ohne dem ziel bleibende schäden zuzufügen so kannst du selbst schwer verletzte kriminelle noch verhören bevor wir beginnen wollte ich mein bruder gerne alles gut zum geburtstag sagen liebe brudi alles gut zum geburtstag brudy heute der zweite zwölfter an brudergeburtstag alles gude leo was dir gut gehen feiert gut er hätte die ding dabei mal die taser okay ich habe weiter blend und den rest also wie es halt vorher hatte ja gut dann naja jetzt kommt wieder lohr also wir haben sieben ziele und muss man lernen links kommen dann welche er kommt jetzt also ich habe dich angeschossen halte ich mal ja er ist cool ich sehe schon ja das war kein zivilisten zwar der falsche warte mal ich muss mich heilen also links die tür offen auf jeden fall und links ganz sehe ich auch noch mal leute kommen ich kann das wieder einer machen ja er hat mich wieder mit einem man kann auch mit dem kolben schlagen wie geht es stand da zwinge angreifer zu boden geben sie mit dem kolben schlägst machen wir nicht ich muss mich heilen also kann man reingucken ich kann er mich auch von draußen schießen aber wenn ich mal vorstelle dann gehe ich erst mal ach so wo war der ums eck gestanden aber was in der küche da ist tot die tür wieder zugemacht der sack ich sehe ja von außen noch aber jetzt muss ich reinkommen passt ich mache auf oder ja ich stehe besser gerade kannst du eine blende in den flur schmeißen hier unten passt du auf put your hands up put your hands up on the ground es macht spaß kleine hier darauf kann man einfach immer reinballern in den raum nicht verhaften war noch elektrifiziert warte mal soll ich da noch mal ist ein großer raum soll ich da noch mal ein nade anschmeißen ja die gefahr da war hinter der tür gestanden der wichser da wird man noch mal ich hätte die nade aufheben sollen die werde besser gewesen ja sagst du neustadt kommt jetzt war die geisel aber sie lebt noch ich kann die tür im auge behalten jetzt komm ich rein warte ich gehe aus noch mal weil da ist die tür gerade aufgegangen oder hast du die aufgemacht hab ich gemacht was warst du ich glaube es ist besser weil wir können es sein ist weiter ich habe schon den Tod vor mir gesehen machen wir sie wieder mach auf ja pass auf hinter der tür hinter der tür ok weil der schroth hat den so weg gemacht ja ist geil mit dem taser kannst du halt sofort schießen ne das ist ja der taser ist leer ne scheiße ja ok mein Gott da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt da nicht bereit Jo. Komm, Deiner. Alter, der hat mich mit dem Messer erwischt. Mhm, ich geh gleich rein, weil ich hab ja die Ding geworfen. Ja. Okay, hier wieder. Ah ja, ich hab meinen Taser wieder, gell? Okay. Ja. Ich hab keinen Wichtig. Okay. Bereit? Jetzt. Ja. 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 Wolltest du ihn nicht reinschmeißen, ne? Ja, weiß ich nicht, aber wir brauchen sie eigentlich im Gang dahinter auch fast noch. Ist grün, aber ist Vorsicht. Ja, warte mal, wir haben so ein Päckchen vergessen. Oder ist das eins? Ja. Hä, wieso? Achso. Beweise nicht vergessen. Okay, wir machen erst die Tür auf und schauen, ob wer dahinter ist und dann, wenn keiner dahinter ist, dann... Okay? Ja. Okay. Ja. 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 Und jetzt nicht weiter machen. Ja. Ja. Ver...fickte Kacke. Beweise unten links, gell? Wie viel sind denn jetzt hier noch? Ist die Frage. Viel könnt jetzt nicht mehr sein. Ah, Schlafzimmernacht. Ist's noch ein Nate? Ne, ich glaub nicht. Ne. Ich hoffe, ich höre jetzt auch noch Punkte, weil wenn ich keine Punkte bekomme... Können wir nicht weitermachen. Ja. Get down now! Ah. Ah ja. Ja, und jetzt? Muss ich noch nach draußen, oder was? Hinterher ist es einer nicht verhaftet, oder ist es draußen noch einer? Verhaftet sind alle. Ja, musst du da noch raus, wahrscheinlich. Bloß auf. Ach, geil. Kann ich? Ja, ich habe schon. Okay. Punkte bekommen? Ja. 7800. Ja, genau, ich auch. Ja, ja, bla bla. Ja. Ey, wir haben eine Mission geschafft, und zwar innerhalb von 11 Minuten. Innerhalb von einer Folge, ja. Krass. Ja, gut, aber dann würde ich sagen, war es das heute, weil in 9 Minuten schaffen wir keine zweite mehr. Ja, ja doch, aber probieren. Also wir brauchen eh mehrere Versuche, oder? 1 Minuten. Komm. Ich mach noch eine. Ich hab nur die Haustür gehört. Ich hab nur die Haustür gehört. Do you know what I mean? Ach so. Hä? Okay. Ah, okay. Wir brauchen noch. Wir müssen noch einmal die Mission machen. Ah, okay. Ja gut, das machen wir dann offscreen und dann. Genau. Ja, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute mal sehr kurz, aber du, ich bin damit zufrieden. Kann man immer so machen bei dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst immer gerne ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr nicht verpasst. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder bei Poli Stories. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.